Na, ausgeschlafen Kügelchen? Oh, da reckt sich aber einer. Und, durft ihr endlich mal im Keller schlafen? Na gut. Ausgeschlafen? Komm, wir gehen hoch. Hopp, hopp. Komm Kügelchen, ab. Ich muss zur Arbeit. Die Tür ist offen. Mach sie auf. Oh, Kater. Na, mal kurz raus. Püppi? Huhu, da schüttelt die Püppi die Pfote. Aber traut sich raus. Nenus auch? Püppi? Oder ist es zu kalt? Ah, die Katze denkt noch nach. Mäusi? Ne, ist auch bei nicht kalt. Untertitelung des ZDF, 2020